Musik Ja, gemeldet wurde ein Gebäudebrand durch Bauarbeiter, haben diese Meldung abgegeben. Bei der Erkundung stellte sich raus, dass eine ganze Etage komplett verqualmt war, verraucht war. Und aufgrund der Erweiterlichkeit des Gebäudes musste davon ausgegangen werden, dass noch Personen vermisst werden. Sofort sind drei bis vier Trupps unter Atemschutz in den Raum vorgegangen. Haben das Gebäude abgesucht und gleichzeitig dann im Anschluss die Brandbekämpfung durchgeführt. Gebrannt haben Baumaterialien und diverse Einrichtungsgegenstände. Der Sachschaden liegt mit Sicherheit im fünfstelligen mittleren Bereich. Eine Person, ein Bauarbeiter, wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus transportiert. Vor Ort waren die Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Euren und der Löschzug Biber. Und ein Rettungswagen bzw. zwei Rettungswagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 positiv videostitelung des ZDF für funk, 2017 Wir ber earlysize 김 🎵 Und in drei Jahren ab und vorab d związ Rolling definitely einiger Band relirect eine große joyrücker Information über Pinal der glückliche M PRO-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Mittel Untertitelung des ZDF, 2020